Dein Tageshoroskop für den 20. Dezember. Heute wird schamanisch das Kamel zu Dir kommen und Dich begleiten. Es steht für Ausdauer. Widder. Heute könntest Du vor einer mutigen Entscheidung stehen. Trau Dich. Stier. Dein Sinn für Ästhetik kommt bei der Gestaltung Deiner Umgebung zum Tragen. Zwillinge. Vielfältige Kontakte bereichern Dein Leben. Sei offen für neue Bekanntschaften. Krebs. Ein Gefühl von Geborgenheit ist heute besonders wichtig. Schaffe Dir einen Rückzugsort. Löwe. Ein Tag für kreative Projekte. Deine Ideen sprudeln nur so aus Dir heraus. Jungfrau. Präzession ist heute Dein Trumpf. Setze sie bei kniffligen Aufgaben ein. Waage. Dein Gerechtigkeitssinn führt Dich heute zu wichtigen Entscheidungen. Skorpion. Heute ist Dein guter Tag, um in die Tiefe zu gehen, sowohl bei Gesprächen als auch bei Projekten. Schütze. Der heutige Tag könnte Dir eine unerwartete Reise oder ein Lernabenteuer bescheren. Steinbock. Deine Ambitionen sind heute sehr hoch. Plane konkrete Schritte, um sie zu erreichen. Wassermann. Heute findest Du Freude in der Gemeinschaft. Lade Freunde ein oder plane ein Event. Fische. Künstlerische Betätigung kann Dir heute neue Energie und Inspiration schenken. Fische. Künstlerische Betätigung. Untertitelung des ZDF, 2020